Also, jetzt holen wir noch den ersten Platz. Wäre natürlich cool, wenn man das kombinieren könnte mit der Zeit. Kann man aber nicht. Dann holen wir jetzt erstmal den ersten Platz, dann holen wir The Time und dann machen wir das Alien-Schild. Ich hoffe, dass das hier jetzt was wird mit dem ersten Platz direkt auf Anhieb. Das fänd ich sehr nice. Ja, das war nicht so gut. Ach, nöp. Ich find das lustig, wie die Wumpfhaut durch die immer so aufploppen, so plopplopplopplop. Da ist ne... Schön vorgequetscht. Gefährlich. Gefährlich. Oh, du Ziege. Geh weg. Uiuiuiuiuiuiui. Das war aber ganz schön... ganz schön anstrengend. Ja, ich krieg im Original find ich's um einiges nerviger. Weil ich kann das überhaupt nicht ab, wenn man den Autofahrern hinten drauf fährt und dann denen ihre scheiß Karre so rumwabbelt. Und wenn ich das seh, dann krieg ich immer voll die Aggression. Wenn ich jetzt sogar schon daran denke, dann platzt mir der Kragen echt. Du bist ja schon in so manche Party geplatzt. Aber ich hätte nie gedacht, dass du es so weit bringst. Wenn du nicht umkehrst... Ich will dich und das gesamte Universum tausend Jahre leiden lassen. Versuch das jetzt einfach mal direkt... ähm... also direkt loszufahren. Ach, schön die ersten zwei Kisten verbaselt. Weil ich auch überhaupt nicht mehr daran gedacht hab, dass es hier Zeitkisten gibt. Hallo, äh, Rick übrigens. Bäh! Entschuldigung. Ich glaub das Bier ist doch nicht mehr so hundertprozentig gut. Ach gut, für Gold muss es reichen. Bis zum nächsten Mal. Da habe ich jetzt glaube ich aber nicht alle Kissen gekriegt, oder? Ey, wenn das Gold wird, dann fresse ich einen Besen, echt. Meine... Nun! Jetzt habe ich die ersten Kisten auch mitgenommen. Vielleicht läuft es ja jetzt besser. Ist besser. Wo ist Trinker? Okay. Ah, der Vogel ist gegen das Schild geflogen. Ich fahr den ziemlich easy, okay. Was ist das denn? Lässt sich auch hier lenken wie so ein Panzer, echt. Wobei ein Panzer eigentlich schon ziemlich wendig ist. Was ist das denn? Ich bin weg. Ich bin einmal weggebeamt. Es ist so traurig. Es ist so traurig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich warte jetzt ein bisschen ab. Ich bin noch nicht weggelegt. Wie lange muss man denn da so mal warten? Weil das ist ja schon eine ziemlich lange Strecke. Zwei Minuten oder so. Panzers. Ja, mit Z. Zwei sogar. Jetzt muss ich nur gleich vernünftig fahren, sonst war das Gewarte hier umsonst. Nee, 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 nee. Ach, der Custor Fieber. Bin leider noch auf der Arbeit, aber vielleicht schau ich später dann richtig rein. Viel Spaß schon mal. Dankeschön. Walnüsse. Ich habe letztens mein, mein, ähm, mein, wie nennt man das? Mein Geschmack für Cashew-Nüsse. Cashew-Kerne, wie man die Dinger auch immer nennt, gefunden. Voll geil. Und die haben sogar weniger Kalorien als Walnüsse. Das ist der Wahnsinn. Ich bin vorhin, bin ich genau in die Mitte da durchgefahren und es hat mich nicht abgebremst. Wie ist denn hier eigentlich? Ist es Bremsen oder Gas loslassen in der Wiese? Oder überhaupt? Ich weiß das nicht. Das war auf jeden Fall besser als, äh, ne? Walnüsse. Ja, ich habe sonst eigentlich immer Walnüsse gesagt, aber... Aber das ist ja kein Wall. So, das war doch mal souverän. Aber wenn ich hier kein Gold kriege... Walnüsse, sehr schön. Walnüsse, sehr schön. Wääh. Ey, was ist falsch? Das war voll gut, ja? Oh, eine Sekunde, ja, komm. Ich hab keine Lust zu warten. Hätte ich dieses dumme, dieses komische, dumme Ding hier nicht umgefahren. So, hab ich das gemacht. So, jetzt muss ich nur noch scharfen, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich mir jemals die Plakate hier mal so richtig angeguckt habe. Wenn wir nachher zu dem Alien-Schild fahren, dann können wir mal ein bisschen Plakate gucken. Dummer Hurensohn, Alter. Zieh dich, Junge. Wir müssen doch warten. Ich hab das gar nicht mitbekommen, was das für ein Röpser war. Die Geräusche, die Julle macht nach dem Bier, sind ja mal göttlich. echt staatlich. Hahaha. 인가 Das war's für heute. Ach, muss jetzt reichen. Hat wahrscheinlich nicht gereicht, aber ist mir jetzt egal. Was war das? Hier kann ich eigentlich schon wieder knicken, oder? Ach. Komm, ey, echt. Seid doch alle scheiße, echt. So richtig. So richtig. Okay. Wir müssen warten. Wir müssen warten. Das geht nicht anders. Ich hole mir jetzt noch das andere Bier. In der Zeit können die da rumfahren, wie sie wollen. Ist mir egal.